Eigentlich weiß ich gar nicht, was in mich gefahren ist. Vielleicht war es ja die Hitze. Aber ich habe da tatsächlich schon ein halbes Skript geschrieben, weil ich dachte, es macht es mir leichter, durch einen Monitor-Test hin durchzukommen mit all den Informationen, die ich euch bieten möchte. Allerdings, nachdem ich dieses nur zur Hälfte laut vorgelesen habe, dachte ich mir, nein, das kann ich euch mit Sicherheit nicht antun. Von daher eventuell lieber ein wenig holpriger, dafür viel natürlicher und wesentlich angenehmer für uns beide. Würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Test des LG 38 Zoll Ultra Wide. Und als ganz kurzes Fazit vorab, wenn ihr bereit seid, den doch im Moment noch relativ hohen Preis zu zahlen, dafür allerdings ein wirklich spektakuläres Erlebnis im 38 Zoll Ultra Wide Format haben wollt, gibt es nicht wirklich eine Alternative auf dem Markt. Natürlich nicht perfekt für jeden, da eben relativ hoch im Preis, wie schon erwähnt, ist es auch nicht ideal für Spieler. Das war allerdings auch zu erwarten. Würde ich sagen, kommen wir jetzt zum ersten Punkt, das wäre die Ergonomie. Das Display startet am untersten Punkt bei 8,5 cm und am obersten bei 19,5 cm. Das heißt, wir haben eine Höhenverstellbarkeit von 11 cm. Natürlich auch noch eine Neigung nach hinten, 15 Grad und 5 Grad nach vorne. Meiner Meinung nach alles mehr als ausreichend. Es ist nur die fehlende Schwenkoption, die mir ein wenig fehlt, denn wollt ihr den Monitor schwenken, müsst ihr diesen Fuß bewegen. Dies ist allerdings sehr hochqualitativ und wirkt auch sehr, sehr schön. Ansonsten Ränder mit 11 mm, sehr, sehr schön dünn gehalten. Es ist allerdings dieser kleine goldene Rahmen, der manchmal Licht ein wenig komisch reflektiert, das ein wenig störend war. Allerdings auf der Unterseite seht ihr schon den Joystick. Meiner Meinung nach absolut eines der Highlight, wenn es um die OSD-Bedienung im Allgemeinen geht. Und ich verstehe nicht, wieso andere Hersteller hier nicht nachziehen. Vielleicht ist es eine Patentsache, aber warum diese noch Tasten nutzen, ist mir wirklich ein Rätsel. An der Rückseite sehen wir dann natürlich schon viel Glossy Plastik in Weiß. Vielleicht nicht jedermanns Sache, wirkt es aber allerdings, muss ich sagen, relativ elegant. Auf der linken Seite sehen wir dann schon den Wesermount und auf der rechten Seite die Anschlüsse. Anfangen möchte ich hier mit USB Typ C und einer Power Delivery von 60 Watt. Dann zweimal USB 3.0, einmal sogar mit Quick Charge. Dann haben wir natürlich DisplayPort in, zweimal HDMI in. Unter dieser Klappe, auf der Do Not Use steht, haben wir nochmal USB, aber dieser ist dann nur für den Service. Einmal 3,5 mm Klinke für euer Headset und natürlich den Anschluss für den Strom. Dann sehen wir auch schon das Menü, das wir mittels des Joysticks erreichen können. Eigentlich selbst erklärend, nach oben schaltet das Gerät aus. Nach links für die Eingänge, nach unten für Bluetooth Audio und nach rechts eben für die Menüs. Und hier seht ihr bei Quick Settings natürlich schon Einstellungen für die Helligkeit, Kontrast und auch Lautstärke und noch Sonstiges. Bei den Eingängen seht ihr dann natürlich die Auswahl für die Eingänge. Könnt natürlich auch das Bild-Seitenverhältnis verstellen und auch den Bild-Modus, falls ihr diesen wollt. Und es gibt sogar einen softwarebasierten KVM-Switch. Vielleicht jetzt nicht so praktisch für viele, ich persönlich habe da keinen Nutzen für, allerdings ein wirklich schöner Bonus. Natürlich beim Picture Mode seht ihr natürlich, dass ihr sehr viele vorhanden habt. Auch Helligkeitseinstellungen, zum Beispiel wieder Kontrast, Schärfe, auch Super Resolution Plus und auch DFC. Gibt es beim Game Adjust Modus allerdings die Möglichkeit, den Input-Lag zu verringern. Das funktioniert auch sehr gut, kann ich definitiv nur empfehlen. Habt ihr auch FreeSync, falls ihr eine AMD-Grafikkarte habt, die ich leider nicht nutzen konnte. Und einen Black Stabilizer. Ansonsten natürlich noch verschiedene Gammas zur Auswahl. Auch Farbtemperatureinstellungen und auch ein wenig genauere Einstellungen für das Bild-Einstellungsverhältnis. Ansonsten noch Helligkeit, natürlich Lautstärke und auch Bluetooth-Audio. Habt ihr auch noch ein paar generelle Einstellungen, aber die sind ja meiner Meinung nach relativ selbsterklärend. Komme ich jetzt schon zu der Software. Denn das Geniale hier an dieser On-Screen-Control-Software ist, dass ihr nahezu alle Optionen, die am Monitor selbst vornehmen könnt, auch komfortabel mit eurer Maus machen könnt. Also zuerst einmal hättet ihr diese Screen-Split-Option. Zu der komme ich dann auch gleich. Wirklich super eins der Highlights hier. Dann natürlich könnt ihr wieder mal den Bild-Modus einstellen. Helligkeit und Kontrast. Natürlich habt ihr noch eine Option. Und das ist eigentlich etwas, was ich sonst vorher noch nie irgendwo gesehen habe. Ist ein Preset. Das heißt, ihr könnt bestimmten Anwendungen, bestimmte Bild-Modi hinzuweisen. Und das ist eventuell für manche Leute wirklich sehr, sehr praktisch. Ansonsten natürlich noch für den Spiele-Modus mit Reaktionszeit, FreeSync und auch Schwarz-Avisator. Seht ihr hier auch schon zum Beispiel Screen-Split mit drei Bildern Seite an Seite. Oder drei Windows. Muss ich sagen, kann es zwar nicht mein Triple-Monitor-Setup ersetzen. Allerdings zwei Monitore problemlos. Und es ist einfach, muss ich schon sagen, sehr spektakulär. Ein so riesen Bildschirm mit so viel nutzbarer Fläche vor euch zu haben. Und das ist definitiv etwas, was ihr sonst auf dem Markt nicht wirklich finden werdet. Ansonsten ganz kurz zu den Werten, die ich mit meinem Spider gemessen habe. 100% S-AGB, absolut spektakulär. 79% Adobe-AGB meiner Meinung nach genauso. Auch der Gamma-Wert von 2,2. Nahezu perfekt. Auch Graustreifenwerte super. Ist es die Helligkeit, die ich gerne ein wenig höher gehabt hätte. Denn ich hätte gerne etwa 315 anstatt 306 gesehen. Einfach um ein paar Reserven mehr zu haben. Denn ich nutze es eigentlich schon die ganze Zeit bei 300. Was wahrscheinlich die meisten Leute nicht machen werden. Schwarzwert ist solide. Kontrast ist auch noch sehr gut. Und der Weißpunkt ab Werk, muss ich sagen, war so gut. Und die allgemeine Kalibrierung ist meiner Meinung nach die absolut beste, die ich jemals gesehen habe. Ab Werk. Und selbst vor oder nach der Kalibrierung konnte ich nahezu keinen Unterschied feststellen. Also muss ich sagen, nahezu perfekte Ab Werk-Kalibrierung. Ganz kurz zu den Blickwinkeln sehen wir schon einmal frontal. Ganz nach vorne geneigt. Ganz nach hinten geneigt. Und auch zu den Seiten bei maximalen Winkeln zu jeder Zeit stabil. Dank eben dem IPS-Panel. Weißwert. Auch sehr homogen. Seht ihr vielleicht maximal bei kompletter Abdunkung, dass es minimal an den Ecken ein wenig schwächer wird. Aber das ist etwas, was ihr in Realität nie bemerken würdet. Und ich muss sagen, super Weißwert und eben auch super gleichmäßig. Schwarzwert ist allerdings etwas, was für viele wahrscheinlich noch wichtiger sein wird. Bei normaler Beleuchtung absolut top. Und jetzt einmal komplett extrem überbelichtet. Leider mit einem etwas lila Sticht. Das, denke ich mal, hat meine Kamera irgendetwas aufgenommen, was noch im Weg war. Denn das könnt ihr eigentlich vergessen. Es war sonst gleichmäßig. Und ihr seht schon, das sieht ein wenig natürlich aus. Habt ihr ein paar kleinere Lichthöfe an den Ecken. Aber ich muss sagen, eben gerade aufgrund des riesigen 38 Zoll auch noch gebogenen Displays ist das super. Das habe ich schon wirklich deutlich schlechter bei kleineren Displays gesehen. Auch der IPS-Glow war absolut nicht erwähnenswert. Und auch ein wirklich guter Schwarzwert. Sehr gleichmäßig. Absolut auf einem Top-Niveau. Also hier kann ich nichts anderes sagen als wirklich Daumen hoch. Ansonsten für die Videoqualitäten. Und hier kann meine Kamera definitiv dem Display nicht gerecht werden. Denn es sieht in der Realität einfach nochmal so viel besser aus. Gerade wenn ihr jetzt Videos editieren wollt, auch Fotos, ist dieses Gerät eben auch ohne Kalibrierung absolut dafür geeignet. Auch wenn ihr Videos sehen wollt oder auch Spielfilme. Gerade im 21 zu 9 Format. Absolut ein Erlebnis. Wobei ich sagen muss, original gerechnet wäre es sogar 24 zu 10. Also nur mal so nebenbei erwähnt, muss ich sagen, ist das ein wirklich spektakuläres Erlebnis. Allerdings eben wie auch schon hier zu sehen, bei den meisten YouTube-Videos oder auch Ähnlichem im 16 zu 9 Format habt ihr diese Render. Damit müsst ihr leben. Also diesen Kompromiss müsst ihr eingehen. Allerdings bekommt ihr dafür eben auch diesen riesen spektakulären Bildschirm mit einer Superschärfe, der eben speziell für Videos, die im 21 zu 9 Format dann daherkommen, absolut spektakulär ist. Wenn wir kurz zu der Spielleistung kommen, folgendes. Es ist nicht ideal für Spieler. Also zumindest meiner Meinung nach. Obwohl besser als der Standard. Denn wir haben natürlich extra Optionen, wie eine Verminderung des Input-Lags. Auch einen Black Stabilizer und auch Ähnliches. Ist es absolut geeignet zum Spielen. Natürlich jetzt nicht vielleicht für Profispieler, da ihr eben nur 60, teilweise eben 75 Hertz habt. Je nachdem, ob ihr jetzt AMD FreeSync nutzt. Muss ich sagen, das einste, was mir bei 75 Hertz ein wenig komisch vorkam, ist, dass ihr ein paar komische Zuckler hattet. Diese sah ich dann bei anderen Spielen, wie zum Beispiel F1, dann wiederum nicht. Also hier lief darum wieder auch mit 75 Hertz alles sauber. Das allerdings nur mit dem Displayport. Über HDMI bekam ich komischerweise nur 60, egal ob ich 75 eingestellt hatte. Das könnte eine kleinere Macke meinerseits gewesen sein. Aber ansonsten muss ich sagen, das Spielergebnis ist eben, wenn jetzt nicht vielleicht für professionelle Spieler eben, die keinerlei Input-Lag gebrauchen können oder sonstiges, vielleicht nicht 100% geeignet. Was es allerdings ist, und das ist für mich fast noch wichtiger, es ist super spektakulär. Denn ihr habt eben diesen Riesenbildschirm mit einer super Schärfe, auch eben den super Kontrast, super Helligkeitsverteilung, Schwarzwert ist super. Und ihr habt eben alles auf einem dermaßen hohen qualitativen Niveau. Und wenn ihr jetzt jemand seid, der eigentlich hauptsächlich an seinem Monitor nur Bilder und Videos bearbeitet, aber immerhin nebenher ab und zu nochmal ein schönes Spielerlebnis haben will, der kann dieses haben. Denn natürlich hauptsächlich ist dieses Riesendisplay eben gedacht für Produktivität, auch vielleicht für den Konsum von Spielfilmen. Macht es allerdings auch noch trotzdem einen sehr, sehr guten Job bei Spielen. Denn für jeden, den jetzt vielleicht 60 oder 75 Hertz genug sind und der allerdings qualitativ einfach super Qualitäten haben will, einfach ein super Bild, ein super Farbabgleich, natürliche Farben und alles andere sehr butterweich, eben auch mit einer AMD-Karte eventuell, der wird das ja absolut haben. Mit einer Nvidia-Karte muss ich sagen, funktioniert das meiner Meinung nach immer noch relativ gut. Natürlich habe ich jetzt nicht diesen Adaptive-Sync als Option, was jetzt für mich eigentlich das Problem ist, muss ich sagen, weiß es auch bei Spielen zu überzeugen. Und daher würde ich sagen, überspringen wir diesmal einfach die Vor- und Nachteile, denn es gibt nahezu keine. Denn wenn ich zu den negativen Seiten kommen würde, wäre es einfach nur der eventuell hohe Preis, dann eventuell, dass es nicht ideal ist für Spieler, zumindest für etwas kompetivere, Competitive Gamers, wie man es so gerne nennt. Und es hat leider keine Schwenkoption. Das ist allerdings alles minimal, denn die ganzen Vorteile, wir sind definitiv zu überzeugen. Erst einmal spektakulär und ich kann das nicht genug betonen, denn ihr müsst einfach mal vor einem solchen Display sitzen und gerade wenn ihr mehrere Bilder nebeneinander habt, Windows nebeneinander habt, Applikationen gestartet habt, weiß das zu überzeugen, es wirkt spektakulär. Natürlich, für mich persönlich kann ich jetzt mein Triple-Monitor-Setup nicht ersetzen. Wo ich jetzt gerne mit ersetzen würde, ist eventuell dieser Hauptmonitor und einen zweiten nebendran. Das wäre eine Option, allerdings für jeden, der jetzt nur eine Ein-Monitor-Lösung haben will, mit dem größtmöglichen Bildschirm und eben einer super Auflösung, super Qualitäten in allen Aspekten. Aber immer noch gelegentlich Spiele spielen will, wenn auch vielleicht hauptsächlich Videos bearbeitet oder auch Fotos, muss ich sagen, ist das, das gerät schlechthin. Also ich weiß einfach nichts auf dem Markt, was ihr annähernd nahezu kommen hinkommt. Was ich allerdings auch erwähnen möchte, ist, es gibt eben auch deutlich günstiger, wenn auch nur 34 Zoll von LG, auch gekurvte Monitore, mit den eigentlich nahezu gleichen Qualitäten nicht ganz so gut. Also ich muss sagen, es ist auch noch besser als der 34 Zoller, den ich von LG schon getestet habe. Einfach noch einmal qualitativ hochwertiger mit der nahezu perfekten Abwehrkalibrierung. Und ich muss sagen, auch wenn der Preis jetzt sehr hoch ist und eben für Spieler eventuell mit Nachteilen kommt, muss ich sagen, ist er sein Geld wohl doch wert. Denn wenn ich mir alle Attribute als Ganzes einher betrachte, nahezu perfekt, wirklich Daumen hoch. Also was sie hier abgeliefert haben, für was es ist, spektakulär. Ich hätte so ein Display gern und wenn ihr eben einen Riesenbildschirm haben wollt, sehr, sehr produktaktiv sein wollt, mit nur einem Display, wie schon gesagt, also hier eine Alternative zu finden, viel Glück dabei. Falls ihr eine habt, könnt ihr das in den Kommentaren nicht wissen lassen. Ansonsten vielleicht einen Daumen hoch und ansonsten vielleicht ein Abo hinterlassen. Das wäre nett. Ansonsten schönen Tag noch. Tschüss.